Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herpa TV und heute geht es nach Dortmund, denn dort startet morgen die Intermodellbau. Herpa ist da auch mit einem Stand vertreten und die Kollegen sind schon da und bauen auf und wir wollen jetzt mal gucken, was es da alles zu sehen gibt und fahren jetzt eben nach Dortmund. Inzwischen sind wir auf der Intermodellbau angekommen. Hier wird überall noch gewerkelt und gebaut, aber unsere Kollegen Christina und Burak waren sehr fleißig und der Stand von Herpa steht schon. Auch unsere Messemodelle, die es explosiv eben auf der Messe hier in Dortmund gibt, natürlich wie immer Feuerwehr Dortmund, einen Sprinter, dazu haben wir noch die Einsatzleitung von der Feuerwehr Lünen, dazu noch einen Wechsellader und was wir auch immer haben, ist ein Schwerlasttransporter. Diesmal von der Spedition Wiemann, auch aus Dortmund, im klassischen Gelb und Schwarz, passt also wirklich zu Dortmund. Sehr schön wäre ja auch der BVB-Flieger, aber der ist leider noch nicht erhältlich. Der gibt es erst in der zweiten Jahreshälfte, aber das Muster, das kann man sich hier auf dem Stand schon angucken und vielleicht gibt es ihn ja auch schon bei unserem Tag der offenen Tür am 8. Juli. Alle diese Firmen werden dabei sein und da kann man sich Herpa mal ganz hautnah angucken, hinter die Kulissen gucken und sich anschauen, wie so ein Modell entsteht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.